Ramsey Campbell – Das Dunkel naht Kaum hatte Lamp den Münchner Stadtverkehr hinter sich gelassen, saß er ganz entspannt am Steuer. Gemalte Riesen, sorgfältig ausgearbeitet und ebenso bunt wie Fresken, zierten die Wände der Häuser, die wirkten, als bräuchte man bloß die Dächer anzuheben, damit ein Glockenspiel erklang. Auf unzähligen Balkons leuchteten ihm Blumen entgegen. Zwischen den Dörfern wanderten auf unweit von Scheunen gelegenen Weiden die Kühe mit leise bimmelnden Glocken umher. Die Augustsonne glitt über Seen hinweg, die sich in die Kalkfelsen gegraben hatten. Hier und da erspähte er Kruzifixe in Schreinen am Wegesrand, hölzerne Nischen auf Stelzen. Er hatte es versäumt, eine Straßenkarte zu kaufen. Spätestens bis Anbruch bei Nacht musste er sich eine besorgt haben. Doch Bayern hatte es ihm angetan. Hin und wieder sah er von den Häusern Baumstümpfe oder selbst ganze Stämme, in die groteske Gesichter eingeschnitzt waren. Mitunter scharrten sie sich zusammen wie ein Grüppchen knorriger, nicht ganz vollständiger alter Männer und grinsten ihn an. Lächelnd fuhr er an ihnen vorbei. War die Landschaft um München herum noch völlig eben gewesen, gestaltete sie sich nun zunehmend hügeliger. Die Berge waren dicht mit Kiefern bewachsen. Vor ihm schien Gipfel um Gipfel in die Höhe zu ragen. Sie wurden immer fahler, je größer die Entfernung wurde und je mehr sie sich im Dunst verloren. Die Umrisse dort am Horizont, waren das noch die Berge oder bereits die Wolken? Er kniff die Augen zusammen, um sich zu vergewissern, und fuhr prompt an dem Wegweiser vorüber. Er konnte sich den Hals verrenken, wie er wollte, es gelang ihm nicht mehr, das Schild zu lesen. Also musste er dummerweise im Rückwärtsgang langsam zurücksetzen. Ja, da stimmte etwas nicht. Die Richtung, in die er fuhr, hatte jemand mit einem dicken schwarzen Pinselstrich durchgestrichen. Eine Warnung? Oder Vandalismus? Über dem abzweigenden Pfeil stand München. Er wollte nicht umkehren, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Außerdem stand da vorne eine Kirche. Er konnte die Turmspitze bereits erkennen, ein spitz zulaufendes Zwiebeldach, das grün hinter einer Anhöhe schimmerte. Der Weg dorthin war bestimmt sicher. Als er sich dem Gotteshaus näherte, kam der Pfarrer heraus, um ihn zu begrüßen. Wenigstens hatte es diesen Anschein. Jedenfalls gab der Mann ihm Handzeichen, auch wenn Lämp nicht ganz sicher sein konnte, denn die Nachmittagssonne warf nicht nur den Schatten des Turms auf die Straße, sondern tauchte auch das Kirchenportal ins Zwielicht. Der Anbruch der Dämmerung kam für Lämp überraschend. Hier schien es mindestens eine Stunde früher zu passieren als in England. Die britische Sommerzeit, daran mußte es definitiv liegen. Und natürlich wurden auch die Tage kürzer. Wollte der Priester ihn nun hereinbitten oder verscheuchen? Ehe Lämp dies zu beurteilen vermochte, wurde der Pfarrer schon von seiner Gemeinde umringt. Zunächst nahm Lämp in dem düsteren Portal lediglich Bewegung wahr. Dann konnte er Menschen ausmachen, die herauskamen und vor dem Gebäude stehen blieben. Ein Mann vom Umfang eines Fasses, wahrscheinlich verschuldet durch den Bierkonsum, der sein Gesicht gerötet hatte, welches nun schlaff herabhing, als wollte es in der niederdrückenden Hitze zerfließen. Ein hagerer Mann, dessen Hände spinnengleich unablässig übereinander krabbelten. Und eine junge, vollbusige Blondine. Von den zahllosen Blicken, die sich auf Lämp richteten und die immer zahlreicher wurden, je mehr Gläubige aus der Kirche traten, wirkte nur der ihre Scheu. Lämp kam sich albern vor. Der Priester selbst hatte sich in die Kirche zurückgezogen. Der im Leerlauf vor sich hin tuckernde Wagen stieß Abgaswolken in Richtung der Gaffnen aus. Er setzte seine Fahrt fort. Als ihm der Gedanke durch den Kopf ging, dass die Leute von irgendwo aus der Nähe stammen mußten, erhaschte er schon einen ersten Blick auf das Dorf. Dessen Lichter, beziehungsweise bedachte man die Tageszeit wohl eher das restliche Sonnenlicht, das sich in den Fenstern spiegelte, schien durch die Bäume am Fuß des Hügels. Vielleicht konnte er dort übernachten und sich in der Verständigung mit den Einheimischen üben. Vor dem Dorf starrten ihn gehörnte Schädel über den Torweg hinweg an. Ihr Blick war reglos, aber ihre Kiefer malten, keuten wieder. Warum kamen ihm die Augen so vor, als seien sie mit Mascara umrandet? Er kurbelte das Fenster herunter, um sich hinaus zu lehnen. Anschließend gab er einigermaßen bestürzt Gas und vor Richtung Dorf. In den Augenhöhlen wimmelte es von Fliegen. Aber es waren doch Lichter gewesen. Die ganz schmale, saubere Straße entlang schwebten sie fahl und doch gleichmäßig in ihren Glaskugeln. Wahrscheinlich ließ sich die Gasbeleuchtung aufgrund eines Fehlers nicht mehr abschalten. Nicht allein das verbliebene Tageslicht ließ die Laternen blass wirken, sondern auch die Blumen, die alle Vorgärten säumten und die an jedem Stockwerk angebrachten Holzbalkon zerten. Ihr Duft erfüllte die Straßen. Das Dorf kam ihm merkwürdig künstlich vor, wie einem Traum entsprungen, ein Nachbau für Touristen. Erst als er anhielt und in seinem Sprachführer nachschlug, wie man um Hilfe bat, »Help me, please« hieß, »Helfen Sie mir, bitte«, und dies erschien ihm doch zu melodramatisch für eine einfache Frage nach dem Weg. Da begriff er, was er so merkwürdig fand. Die Straße lag verlassen da. Alle Fenster waren hell und leer. Lediglich Blüten beugten sich über die Balkongeländer. Nichts regte sich. Selbst das Gras auf den Rasenflächen wurde von der Hitze niedergedrückt. Unvermittelt empfand er die Stille als entnervend. Wie von heißer Luft gelähmt klebte das Licht auf dem Dorf. Der Ort erschien ihm zu perfekt, alles so sauber, dass es schon so beklemmend wirkte. Das Rascheln der Seiten klang so nah, so nervenzerfetzend und darüber hinaus nutzlos. Er hatte nicht den Eindruck, ein Wörterbuch zu brauchen. Er verstaute den schmalen Band unter dem Armaturenbrett und fuhr weiter. Ein Schild mit der Aufschrift »Gasthaus« ließ ihn bremsen. Dieses Wort verstand er ohne nachzuschlagen. Er konnte sich nicht leisten, die Gelegenheit auf ein warmes Essen und ein Zimmer ungenutzt verstreichen zu lassen. Womöglich lagen nur noch Skiorte vor ihm, deren Hotels alle ausgebucht waren. Mit seinen Balkons sah das Haus aus wie eine Kommode mit geöffneten Schubladen. Viel zu hübsch, um daran vorbeizufahren. Aber er fand es leer vor. Die Hitze verlieh der Leere eine Präsenz, die das Läuten der Glocke auf dem Tresen, dichtem Nebel gleich, verschluckte. Die niedrigen Balken störten ihn. Dunkles Holz vermittelte ihm das Gefühl, eingesperrt zu sein. Die hellen Lampen ließen das Holz noch massiver und schwerer erscheinen. Er brachte es nicht über sich, »Ist hier jemand?« zu rufen, selbst wenn er davon ausging, dass man ihn verstand. Er machte, dass er zurück zu seinem Wagen kam. Die Häuser glitten an ihm vorüber. Das Gefühl der Unwirklichkeit nahm zu. Hätte er seiner Aufmerksamkeit die Abschweifung erlaubt, hätte er sich wahrscheinlich vorgestellt, er träume, durch ein auf Menschengröße angewachsenes Modelldorf zu fahren. Inzwischen hatte er fast den Ortsrand erreicht. Die Straße vollzog eine Biegung und nun tauchte ein Gebäude auf, in dessen Fenster sich Kerzen drängten, die allesamt nicht brannten. Vermutlich das Geschäft eines Kerzenziehers, auch wenn kein Schild am Eingang hing. Dahinter befand sich unmittelbar an der Dorfgrenze eine kleine Kirche. Was für eine Kirche mochte wohl zu einem solch ruhigen Ort gehören? Obwohl er Bedenken hatte, verspürte er doch Neugier. Darum stieg er aus. Auf einigen der Gräber, welche die Kirche umgaben, flackerten bayerischer Tradition gemäß Kerzen in Glasgefäßen, ewige Lichter. Er erklomm den Pfad, der wie eine schlechte Straße uneben und voller Schlaglöcher war, stieß die Tür unter dem Spitzbogen auf und blieb bestürzt stehen. Dem Zwiebelturm nach zu urteilen, hat es sich früher einmal um eine typisch bayerische Kirche gehandelt. Was von den Fresken noch übrig war, hier eine makellose, gefiederte Schwinge, dort die Überreste eines Gesichts samt Heiligenschein, ließ vermuten, dass es sich damals gelohnt hätte, sie zu besichtigen. Doch lediglich diese Bruchstücke hafteten noch an den Wänden, von denen der Putz abblätterte. Ein Großteil des Dachs war verschwunden. Die Kirchenbänke lehnten aneinander, damit sie nicht umfielen. Sie waren so stark von abgebröckeltem Putz überzogen, dass es aussah, als seien sie miteinander verschmolzen. Die innere Tür lag im Eingangsbereich in mehrere Teile zerbrochen. Sie wirkte neuer als der restliche Bau. Was hatte sie derart zersplittert und nach außen geschleudert? Etwa eine Bombe? Einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg? Für einen kurzen Moment empfand Lamp ein ungewisses, aus der Geschichte herrührendes Schuldbewusstsein. Eine systematische Schändung hätte die Kirche kaum gründlicher verwüsten können. Man hatte keineswegs mehr das Gefühl, sich an einer religiösen Stätte aufzuhalten. Die letzten Strahlen der Spätnachmittagssonne sickerten durch das schmutzige Fenster. Einst hatten sie wahrscheinlich einen vergoldeten Altar in Licht getaucht. Nun tasteten sie über abgeplatzten Putz und rohes Mauerwerk. Als sich Wolken vor die Sonne schoben, schien das ramponierte, verfärbte Wandstück sich verstohlen hin und her zu winden, als krieche etwas dort umher. Da, wo der Altar gestanden hatte, befand sich ein zerklüftetes Loch im Stein. Sollte das, was Lamp hörte, über die Kante rieselnder Putz sein, den er vermutlich beim Betreten der Kirche aufgerührt hatte, mußte es sich doch bei dem Loch, zumindest dem Klang nach, um einen tiefen Schacht handeln. Er hatte nicht vor, sich zu vergewissern. Wahrscheinlich war der Boden unsicher und konnte ihn gar nicht tragen. In der Kirche mußte es mit Gewissheit feucht sein, denn ihn fröstelte. Er unterdrückte ein Zittern. Es roch modrig, schimmelig, jedenfalls noch etwas, das im Dunkeln wuchs. Er sollte machen, dass er weiterkam, um noch vor Einbruch der Dunkelheit eine Unterkunft zu finden. Oder sollte er ein paar Kilometer zurückfahren, zu jenem Hotel mit Blick auf den See? Er stand immer noch am Portal und überlegte, als er hinter sich Schritte vernahm. Er wandte sich um und für einen kurzen Moment verwandelten seine Tagträumereien sich in einen Albtraum. Er kannte all die Gesichter, die sich dort auf der Straße zeigten. Und doch wurde ihm gleichzeitig bewusst, dass er diesen Menschen noch nie begegnet war. Dann begriff er. Er hatte sie vorhin aus der Kirche kommen sehen. Deshalb hatte das Dorf so verlassen gewirkt. Selbst für die überflüssige Straßenbeleuchtung schien sich damit eine Erklärung zu finden. Wer für ein paar Minuten aus dem Haus ging, ließ ja auch oft das Licht brennen, zum Zeichen, dass er bald zurückkehrte. Das war natürlich Unsinn, aber allein diese Absurdität zeugte vom Grad seiner Erleichterung. Und vielleicht befand sich ja jetzt auch jemand im Gasthaus. Als er an den nervös flackernden Gaslaternen vorbei zu seinem Wagen eilte, sah er den dünnen Mann mit den rastlosen Händen in das Haus des Kerzenziehers gehen. Womöglich fanden diese Hände ja Ruhe, wenn sie Kerzen zogen. Der Mann mit dem fassförmigen Bauch musste natürlich der Gastwirt sein. Was sonst? Ja, bei ihm konnte Lamp ein Zimmer für die Nacht bekommen. Unter den dunklen Balken schienen seine Hängebacken noch tiefer herabzuhängen. Das flackernde Licht verlieh seinen Zügen ein merkwürdiges Eigenleben, sodass sein Spanielgesicht aussah wie eine kunstvoll zerlaufende Wachskerze. Er schien mürrisch in etwas vertieft und interessierte sich kaum für Lamp. Macht er ihm etwa die Hitze zu schaffen? Doch als Lamp seinen Koffer die Treppe hinaufschleppte, ertappte er den Mann dabei, wie dieser ihn aus dem Augenwinkel heraus beobachtete. Vielleicht war er einfach zu sehr von sich eingenommen, um Lamp offen willkommen zu heißen. Nach der herrschenden Stille zu urteilen, ging er davon aus, dass es außer ihm keinen weiteren Gast gab. Falls das zutraf, sollte er das Zimmer ablehnen. Als er den Raum erreichte, nachdem er auf der dunklen, steilen Holzstiege keuchend drei Stockwerke erklommen hatte, stellte er fest, dass er sich unter das Dach zwängte. Wenigstens war das Fenster in der Dachschräge so niedrig platziert, dass er auf die Straße hinunterblicken konnte. Er überlegte, wo sich die hübsche Blondine gerade aufhalten mochte. Leicht frustriert holte er die Magazine aus dem Koffer, die er in München erstanden hatte. Waren sie nicht ebenso gut? Aber die eindeutigen Fotografien wirkten eher klinisch kühl als erotisch auf ihn. Er erreichte damit lediglich, dass er sich hier unter dem Dach noch einsamer fühlte. Abrupt stand er auf und ging nach unten, um ein anderes Zimmer zu verlangen. Er konnte sich nicht verständlich machen. Seinen Sprachführer erlaubten ihm Sätze wie »Nein, das mag ich nicht«, aber er vermochte ihn nicht zu benennen, was er nicht mochte. »Es ist zu« »Kalt, heiß, dunkel, laut« Die Begriffe für »abgelegen«, »falsch zugeschnitten« oder »deprimierend« konnte er nicht finden, zumal er bezweifelte, dass er sie überhaupt hätte aussprechen können. Die kleinen, begriffsstutzigen, ach so beschäftigten Augen musterten ihn unter den dunklen Balken hinweg mit der mürrischen Geduld eines Spaniels. Schließlich gab Lamp es auf. Er kam sich dumm und unfähig vor, wandte sich ab und betrat die Gaststube. Die Kellnerin schien unnahbar, als bediene sie ihn nur widerwillig. Ach, wäre sie doch nur die Blondine. Erwartete man von ihm, dass er auch etwas zu essen bestellte, wenn er sein Bier trank? Zu dumm. Er hatte nicht vor, schon so früh zu Abend zu essen. Womit sollte er sich sonst später die Zeit totschlagen? Bis auf den Spaziergang zur Verdauung gab es ja hier nichts zu tun. Rasch leerte er seinen Maßkrug. In der Gaststube kam es ihm viel zu hell vor, weit entfernt von der schummerigen Atmosphäre, nach der er sich gerade sehnte. Kaum ein Winkel, in dem die Schatten sich selbst überlassen blieben. Vermutlich sollte er lieber auf sein Zimmer gehen, wenigstens eine Zeit lang. Dort konnte er sich mit seinen Magazinen einschließen, obwohl sie ihn wahrscheinlich nicht allzu lange beschäftigen würden, selbst wenn er sich noch so sehr zurückhielt. Sein Schatten krümmte sich wie eine segmentierte Larve über die vor ihm liegenden Stufen. In all der Helligkeit hinterließ er einen einsamen Eindruck. In den oberen Stockwerken hallte jedes Geräusch dumpf wieder, doch als er den letzten Treppenabsatz erreichte, öffnete sich seine Zimmertür. Während er mit einem Fuß in der Luft erstarrte, trat die Blondine auf den Gang hinaus. Um ein Haar hätten ihn seine widersprüchlichen Gefühle aus dem Gleichgewicht gebracht. Freude, Verlegenheit, Fassungslosigkeit, Misstrauen. Er tat so, als sei sein Aufkeuchen bloß der Beginn eines Hustens. Was hatte sie in seinem Zimmer verloren? Der Seitenblick, mit dem sie ihn bedachte, wirkte keineswegs scheu, eher verstohlen verführerisch, denn sie lächelte. Ob dies nun aufreizend gemeint war oder nicht, es gestattete ihm, seinen Weg fortzusetzen. Als sie ihm durch den engen Durchgang Platz machte, nahm er in dem grellen Licht alles an ihr mit intensiver Deutlichkeit wahr. Ihre großen, festen Brüste, die blauen Augen, die Haut wie aus Marmor geformt und doch zugleich gebräunt, ihr schüchternes, immer breiter werdendes Lächeln. Was versuchten ihre Augen ihm mitzuteilen? Ehe er es einzuschätzen vermochte, strebte sie bereits der Treppe entgegen. Schwenkte sie ihren prallen Hintern unter der engen schwarzen Uniform nur für ihn? Natürlich, sie arbeitete als Zimmermädchen. Alles andere hatte er sich lediglich eingebildet. Er begriff es in dem Moment, als er das Handtuch sah, das über dem Fußende seines Bettes hing. Doch kaum hatte er das Zimmer betreten, erstarrte er. Er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Seine Magazine, die er auf dem Boden liegen hatte, fanden sich nun feinsäuberlich nebeneinander auf der Matratze, und zwar aufgeschlagen. Wie konnte sie es wagen, in seinen Sachen zu schnüffeln? Seine Lektüre ging niemandem etwas an. Bei Gott, wenn er sie in die Finger bekäme, würde er... Mit einem Mal fiel ihm auf, wie sorgfältig die Hefte auf dem Bett arrangiert waren, die unzweideutigsten Seiten aufgeschlagen. Nun begriff er, was ihr Lächeln und ihr Blick ihm hatten mitteilen wollen. Bis er zurück auf den Flur hinausgehastet war, lag die Treppe verlassen da. Noch nicht einmal ihr Schatten zeichnete sich noch ab. Er konnte auch nichts mehr von ihr hören. Anscheinend sollte er warten. Er legte sich aufs Bett und träumte von ihr. Versuchte es zumindest, aber das grelle Licht störte ihn dabei. Wo um alles in der Welt befand sich der Schalter? Offenbar nicht im Zimmer. Er hatte die Glühbirne herausdrehen können, allerdings war die Verbindung zwischen Birne und Fassung mit Isolierband umwickelt. Womöglich konnte man sich da einen elektrischen Schlag holen. Das Mädchen wusste zweifellos, wie man das Licht ausschaltete, vorausgesetzt, dass er überhaupt Zeit zum Schlafen fand. Er lag gemeinsam mit ihr auf dem Bett. Das Dunkel und ihre Wärme umfingen seinen Körper. Erst ihre Schritte, die von der Straße herauftrangen, rissen ihn aus seinem Traum. Er wankte ans Fenster. Schmutzig graue Wolken zogen am Himmel dahin. Die Straße wirkte hingegen, sicher wegen des Kontrastes, nur umso heller. Ja, es war die Blondine, deren Schritte er gehört hatte. Sie redete mit dem hageren Mann, mit den rastlosen Händen. Still und leise versuchte Lamb das Fenster zu öffnen, in der Hoffnung, ein paar Worte aufzuschnappen, die er verstand. Doch das Fenster klapperte gegen den Rahmen, und der Mann blickte nach oben. Er kniff die Augen zusammen, und sein Gesicht verzog sich zu einem Ausdruck puritanischer Verachtung, obwohl Lamb sich auf diese Entfernung durchaus irren mochte. Barsch warnte der Mann sich dem Mädchen zu, und Lamb belauschte das Gespräch, konnte jedoch nichts verstehen, bis auf ein einziges Wort, das ihn beruhigte. Sie nannte den Mann Vater. Es schien alles in Ordnung zu sein, und hätte wohl kaum besser laufen können. Denn während sie ihrem Vater nacheilte, schielte sie zu Lamb hinauf und lächelte. Das ließ sich nicht übersehen. Es gab also ein geheimes Einverständnis zwischen ihr und Lamb. Wenn sie nach Hause gingen, um ihrem Vater Essen zu kochen, dann aß Lamb am besten ebenfalls jetzt zu Abend. Allerdings kam Lamb alles so abgedroschen vor, dass er zögerte. Geschah dies wirklich? Machte er sich zum Narren? Zugleich schienen die Abenteuer des Tages weitere Überraschungen für ihn bereitzuhalten. Er wertete die Tatsache, dass er keine Ahnung hatte, wo er sich aufhielt, ja noch nicht einmal den Namen des Ortes kannte, als Einladung, neue Möglichkeiten auszuloten. Dennoch nahm die Unwirklichkeit seiner Situation in der Gaststube bedrohliche Ausmaße an. Unter den unzähligen Lampen umgaben ihn in allen Einzelheiten wahrnehmbar Gesichter. Er erkannte alle Anwesenden von der Kirche wieder, verstand jedoch nicht ein Wort von ihrem Geplapper. Unter diesen Umständen kam es ihm gerade recht, dass niemand sich zu ihm an den Tisch setzte oder mit ihm reden wollte. Andererseits ließ ihn dies mit wachsender Paranoia zurück. Wie viele von ihnen wussten über ihn und das Mädchen Bescheid? Ein paar der Leute schauten während ihrer Unterhaltung ständig zu ihm herüber. Die meisten schienen nervös und unruhig, zweifellos wegen der Hitze. Wahrscheinlich übertrug er lediglich seine eigenen Zweifel auf ihr Verhalten. Er aß zu Abend, eine schwere, ihm fremde Fleischsorte mit kräftiger Würzung. Es handelte sich zwar mit Sicherheit nicht um das, was er bestellt hatte, aber abgesehen davon fand er keinen Grund zur Klage. Gerne hätte er das Essen ausgiebig genossen, doch hatte er so ein Gefühl, dass er seine Zeit hier nicht vertrödeln sollte. Falls das Mädchen zu ihm kam, dann sicher auf sein Zimmer. Er war froh, als er sich nach oben zurückziehen konnte, auch wenn er in einer Zwergenstube wohnte. Über der blanken Glühbirne schwebte ein hellleuchtender Fleck an der abgeschrägten Decke, der den Eindruck erweckte, als wolle er sich gleich auf ihn herabsenken. Er wünschte, er hätte sich vorhin über die geringe Größe des Zimmers beschwert, allerdings durfte er jetzt nicht mehr wechseln. Er lag da und wartete. Die Nacht hielt vor seinem Fenster Einzug, aber das Dorf blieb so hell erleuchtet, dass ihm das Dunkel eher wie Nebel vorkam. Wie lange wartete er schon? Unmöglich zu sagen. Seine Uhr war stehen geblieben. Das musste während des Essens passiert sein. Ob ihr Vater ein Treffen untersagt hatte? Das hatte sie doch bestimmt nicht mit ihm besprochen. Das war gewiss nicht der Grund für den feindseligen Blick gewesen, den der Mann ihm zugeworfen hatte, oder für die Blicke der Leute in der Gaststube. Die Einsamkeit brachte Lamp auf unsinnige Gedanken. Entspann dich. Mach dir keine Gedanken über deinen Traum. Lass es einfach geschehen. Er driftete durch Pulks von verzerrten Gesichtern, ihre Augen ungleichmäßige Astlöcher. Bevor er die jenseits ihrer Äste gelegenen Kirche zu erreichen vermochte, verschlang ihn die Finsternis. Er wachte auf und sah, dass die Tür zu seinem Zimmer offen stand. Hatte sie ihn aufgesucht und Angst gehabt, ihn zu wecken? Er wankte ans Fenster. Die Straße lag dramatisch hell erleuchtet und völlig verlassen da. Vor lauter Enttäuschung hing ihm ein bitterer Geschmack im Mund. Hatte sie ihn reingelegt, oder hatte er sich nur selbst etwas vorgemacht? Um ganz zu sich zu kommen, aber auch weil er immer noch die Hoffnung hegte, stapfte er zum Treppenabsatz. Er nahm eine Bewegung wahr und spähte hinab. Unten am Fuß der Treppe wandte sich das Mädchen um und lächelte ihn schüchtern an. Augenblicklich huschte sie davon und verschwand. Anscheinend verließ sie das Gasthaus. Während Lärm noch in seiner Tasche herumtastete, um sich zu vergewissern, dass er auch den Schlüssel eingesteckt hatte, schlug er bereits die Tür hinter sich zu und hastete nach unten, polterte über das Dunkelholz der Stufen. Es klang als trample eine ganze Herde die Treppe herunter. Sie wollte wohl kaum, dass alle auf sie aufmerksam wurden. Hatte er sie mit dem Lärm, den er veranstaltete, verscheucht? Die Straße wirkte menschenleer. Noch nicht einmal ein Schatten war zu sehen. Ein Anblick wie aus dem Bilderbuch. Lediglich sein vor dem Gasthaus geparkter Wagen passte nicht ganz ins Bild. Hatte er sich ihr Gesicht am Fuß der Treppe nur eingebildet? Nein, denn er erhaschte einen flüchtigen Blick auf ihr schwarzes Kleid, als es hinter einer Biegung verschwand. Mit weit ausgreifenden Schritten lief er hinter ihr her, vorerst noch ohne zu fragen, wohin sie ihn führen möchte. Die Hitze und die schläfrige Benommenheit, die er noch nicht ganz abgeschüttelt hatte, lähmte sein Denken. Er kam sich vor wie im Fieber. Offensichtlich hatte sie den Zeitpunkt gut gewählt. Niemand ließ sich blicken, obwohl hier und da weitere Lichter in den Fenstern angingen. Natürlich, sie wußte ja, wann die Dorfbewohner zu Hause zu tun hatten oder sich im Gasthaus versammelten. Die Straße war nicht lang genug, um Zweifel in ihm aufkommen zu lassen. Doch die Stille, in der nur seine Schritte und die ihren zu hören waren, kam ihm beängstigend unwirklich vor, so als habe man ihn dazu verlockt, pantomimisch eine Frau zu jagen. Wohlgerüche wehten ihm entgegen und lockten ihn weiter. Er beschleunigte seine Schritte, enttäuscht darüber, dass die Abbiegung den Blick auf sie verwehrte. Er hörte, wie sie ebenfalls schneller lief. Sie hatte schon fast das Haus ihres Vaters erreicht. War ihr Vater nicht zu Hause? Oder erwartete er sie beide? Lemp wollte keine Vorstellung vor Publikum geben. Ein Abenteuer war eine Sache, aber so etwas Perverses stand auf einem völlig anderen Blatt, das mochte er nicht. Doch als er um die Kurve bog, sah er sie deutlich vor sich. Ohne das Haus auch nur eines Blickes zu würdigen, marschierte sie stur weiter in Richtung Kirche. Offensichtlich wollte sie ihn in die Felder führen. Das besaß einen gewissen primitiven Reiz, erschien ihm allerdings nicht allzu verlockend. Ihm blieb jedoch keine Zeit, darüber nachzudenken, denn die Kirche erregte seine Aufmerksamkeit. Brandte das Gebäude etwa? Als er sich vorwagte, sah er die Flammen. Er hatte den Eindruck, dass es Tausende sein mussten. Die kleinen Glasgefäße standen nicht nur auf den Gräbern, sondern auch auf den Wegen dazwischen. Auf dem gesamten Friedhof funkelten unzählige Kerzen. In dem unsteten Flackern hatte es den Anschein, als tanzte die Kirche auf ihren Grundmauern auf und ab. Hatte jemand einen Baumstamm in den Portalbereich gelehnt? Die Lichtverhältnisse mussten ihm einen Streich spielen, denn im ersten Moment kam es ihm fast so vor, als habe jemand ein zuckendes Gesicht in den Stamm geschnitzt, ebenso lang und schmal wie der Torweg. Als er die Augen zusammenkniff, wurde er nur noch stärker geblendet und sah er sich nicht in der Lage, im Inneren des Portals etwas auszumachen. Auch das Mädchen entdeckte er zunächst nicht. Während er in das Dunkel jenseits des Dorfes spähte, wehte von irgendwo ein übler Geruch zu ihm heran. Dünger? Oder überreife Feldfrüchte? Guter Gott, wie lange ließ man denn hier das Obst liegen, das es so verfaulte? Falls das Mädchen dort in der Finsternis verschwunden war, hatte er keine allzu große Lust mehr, ihr zu folgen. Dann sah er sie. Sie schlich an der Friedhofsgrenze entlang. Nur das flatternde Oval ihres Gesicht zeichnete sich über dem auf- und abtanzenden Zaungitter ab. Ihre Kleidung verschmolz mit der Dunkelheit. Dennoch erschien ihm der Pfad, den sie eingeschlagen hatte, hell genug, als dass er sich sicher fühlte. Als er den Fuß auf den Weg setzte, geriet der Boden unter der Grasnarbe träge in Bewegung. Vorsichtig vergewisserte er sich, dass er ihn auch tatsächlich trug. Er hörte, wie weiter vorne am Zaun klirrend ein Eisentor zuschlug, gefolgt von einem kurzen Rasseln. Von dem Mädchen war nichts mehr zu sehen. Guter Gott! Weshalb vertrödelte er hier seine Zeit? Er rannte an dem im Lichterglanz funkelnden Friedhof vorbei bis ans Ende des Zauns. Da war das Tor und dahinter ein schmaler, zwischen Hecken entlangführender Pfad. Doch das Tor wurde von einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert. Also hatte sie ihn bloß reizen wollen? Ehe er darüber richtig in Wallung geraten konnte, war sein Zorn auch schon wieder verflogen. Wich der Angst. Es ging nicht nur darum, ihn sexuell hereinzulegen. Hier stimmte etwas nicht. Auch wenn er nichts zu sagen vermochte, woher er das wusste. Was störte ihn? Die scharfen Spitzen auf dem Zaun und dem Tor, die ihn hier im Dunkeln gefangen hielten. Die hell erleuchtete Straße, auf der niemand zu sehen war. Die Abgeschiedenheit? An der Kirche rührte sich etwas. Seine Hand krampfte sich um das Zaungitter. Dann entspannte er sich ein bisschen. Da hatte sich nichts bewegt. Es schien lediglich etwas dunkler geworden zu sein. Ein paar Kerzen in der Nähe, direkt vor dem Portal, brannten nicht mehr. Doch noch ehe er Zeit fand, den Blick abzuwenden, wurden die nächsten Flammen verschlungen. Ein anderes Wort hatte er nicht dafür. Es kam ihm vor, als habe sich ein Schatten über sie gelegt. Ein Schatten, der aus Schlamm bestand. Er sah die Flammen flackern, in sich zusammen sinken, ersterben. Über ihnen, am Rand seines Gesichtsfelds, schien sich ein Schemen, ebenso groß wie die Türöffnung, aus dem Portal herauszulehnen. Modriger Verwesungsgestank wehte Lamp entgegen und raubte ihm den Atem. Er entsann sich des Geruchs in der Kirche. Etwas Klammes, Feuchtes, ähnlich der Kälte, die er dort verspürt hatte, griff nach ihm, ließ ihn erschaudern. Als die dritte Kerzenreihe erlosch, rannte er los. Noch ehe er das Friedhofstor erreichte, hatte die Finsternis sich bereits über die Hälfte der Gräber ausgebreitet. Kam dahinter der blendenden Helle nicht eine Gestalt auf ihn zu? Obwohl sein Hals wie zugeschnürt war, entrang sich seinen bebenden Lippen ein Stöhnen. Er hetzte weiter. Alles schien unausweichlich wie in einem Albtraum. Es war alles geplant. Als er stolpernd ins Dorf hereinrannte, überraschte es ihn kaum, jedes Fenster hell erleuchtet vorzufinden. Im Lichtschein sah er, wie die Blonde gerade das Haus ihres Vaters betrat. Vielleicht hatten die Dörfler sie ja dazu gezwungen, den Lockvogel zu spielen. Womöglich gewährte sie ihm jetzt Unterschlupf. Bitte, lieber Gott, mach, dass sie hilft. Hinter ihm lag bereits der ganze Friedhof im Dunkeln. Falls die Lichter des Dorfes ihm keinen Schutz boten, blieb ihm vermutlich keine Zeit mehr, seinen Wagen zu erreichen. Der Gestank schlug über ihm zusammen, die Kühle umfing ihn. Alles in allem kam ihm die Friedhofstille mit einem Mal entsetzlich vor. Er wankete auf das Mädchen zu. Help me! brüllte er. Sie drehte sich in der Tür um. Ihre Miene blieb undurchdringlich, aber ganz gewiss nicht schüchtern. Helfern Sie mir! brachte er zustande. Es klang nicht sehr überzeugend, fast absurd. Please! rief er. Bitte! Es drang wie ein Schnattern aus seinem Mund und hätte komisch geklungen. Wäre nicht das Furchtbare daran gewesen, dass keinerlei Reaktion erfolgte? Plötzlich bemerkte Lamp, dass der Vater hinter dem Mädchen stand. Ohne Lamp in die Augen zu blicken, langte sie nach hinten und packte etwas. Lamp zuckte zurück, aber es war keine Waffe, nur ein großer Topf mit einem Kochlöffel. Augenblicklich begann sie, mit dem Kochlöffel auf den Topf zu schlagen. Noch immer nicht in der Lage, Lamp anzusehen, trat sie ihm die Tür vor der Nase zu. Als sei der Lärm ein Signal, was zweifelslos zutraf, erhob sich in den verschlossenen Häusern ein Radau mit ähnlichen Küchengeräten. Der Krach war ohrenbetäubend. Er brachte ihn völlig durcheinander. Er konnte nicht länger klar denken, nur noch blind links drauf losrennen, als er merkte, dass die Straße hinter ihm ebenfalls in dämmrige Dunkelheit zurückverfallen war. Die ersten Laternen waren ausgegangen. Das gewaltige Getöse sollte wohl die Jagdmeute, Lamp und die anderen, von den Häusern fern und in der Straßenmitte halten. Er rannte, stöhnte verzweifelt vor sich hin. Seine Brust fühlte sich wund an, er rang nach Atem. Er knickte um, und ein stechender Schmerz schoss durch seine Fußgelenke. Um ein Haar wäre er der Länge nach hingestürzt. Vorhin war ihm die Straße wesentlich kürzer vorgekommen. Das metallische Scheppern trieb ihn halb wahnsinnig vor Angst weiter. Als das Gasthaus in Sicht geriet und er feststellte, dass sein Wagen nicht mehr dort parkte, stieß er einen unartikulierten Schrei aus. Er stolperte zur Tür, obwohl er wusste, dass sie verschlossen war, und hämmerte schluchzend dagegen. Aus dem Augenwinkel bekam er mit, wie das Dunkel die Straße überflutete. Das Geklapper trieb es auf ihn zu. Während er mit der Faust gegen die Tür pochte, längst nicht mehr, weil er Einlass begehrte, sondern weil sein ganzer Arm unkontrolliert zitterte, nahm er weit voraus jenseits des Dorfes einen fahlen, irgendwie gezackt wirkenden Lichtschein wahr. Er hinkte in diese Richtung, denn wohin sollte er sich sonst wenden? Bald wurde ihm klar, dass es sich um den Mond handelte, der über den Bergen aufging. Die gezackten Spitzen waren die Umrisse von Kiefern. Dessen Licht konnte nichts und niemand auslöschen. Er zwang sich zu rennen, so keuchend Luft in seine brennende Lunge. Am Ortsrand zögerte er. Er musste noch einige hundert Meter durch die Dunkelheit laufen, bevor er den Scheitelpunkt der Straße erreichen würde, wo ihn aller Wahrscheinlichkeit nach das Mondlicht empfing. Aber er kniff die Augen zusammen, immer noch am Dorfrand. Noch wagte er sich nicht aus der Deckung ins Dunkel hinaus. Die Kuppe schien nicht verlassen zu sein. Da stand ein Wagen. Es musste seiner sein. Vielleicht hatte er eine Chance. Er holte tief Luft, bis seine Lungenflügel pochten und stieß sich mit einem panischen Aufkeuchen ab, drängte vorwärts mitten hinein in die Finsternis. Hinter ihm wurde das Dorf immer dunkler, bis nur noch ein glühender Funke blieb, der schließlich erlosch. Nun zeichnete sich nur noch der ferne gezackte Schein vor dem Nachthimmel ab. Doch fast im selben Augenblick wurde es im Ort wieder hell und das Lärmende Getöse verstummte allmählich. Sofort begriff er, was auch immer aus der in Trümmern liegenden Kirche gekommen sein mochte, befand sich nun hier draußen bei ihm im Dunkeln und versperrte ihm den Rückweg ins Dorf. Die schleichende Kälte und der immer näher rückende Gestank hätten es ihm ohnehin verraten. Weshalb hatten die Dorfbewohner seinen Wagen auf den Hügel gestoben? Für den Fall, dass es ihm gelang, das Gasthaus zu erreichen? Oder um ihn wegzulocken? Er wünschte, die Stille hätte ihn nicht auf eine solche Idee gebracht. Er rannte, stolperte so schnell wie möglich voran, bemüht, sich und seine Gedanken durch Keuchen zu betäuben. Denn hinter seinem Rücken hörte er im Dunkeln ein gemächliches Knirschen. Dass er wohl das Knacken von Gliedmaßen oder, schlimmer noch, so etwas wie Lachen sein mochte.